Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu The Division! Yeah! Und dabei ist wieder Onkel Gamerche K.P. Ja Hallihallo Hallöchen! Und Crazy Freak! Bin auch da! Also wir haben ja eine Rangerin und ja du bist Sachsenpaule. Was ist der Sachsenpaule? Sieht der nicht schlecht aus. Ich weiß es nicht, der sieht so aus. Du siehst abisch aus. Du kennst ihn persönlich nicht aus wie ein Soldat immer noch. Du siehst aus wie du siehst aus. Ja ne Pussy im Soldateneinzug macht noch lange kein Sober. Du ah, ich hab so viel gekillt. Keine Pussy. So, jetzt geh mal safe aus, oder? Safe aus, ooooh. Nee, schau mal was du safe aus. Schau mal was du safe aus. Ich bin mal gespannt, ob es auch noch Gebiete gibt, die ein bisschen wärmer sind, oder ob wir nur im Winter sind. Nur im Winter. Es ist Winter, es ist Weihnachtszeit. Geht die Zeit hier nicht ab, dass man warm wird. Warum soll denn das hier warm werden? Ach, gewann die Bedürfnisse. Ich weiß nicht mehr schön. Ho, ho, ho. 190. Ich krieg schon wieder Klammern. Gibt doch gar nicht. Ja, du kriegst immer von diesen Zivilisten kriegst du meist nur Klammern. Cool, glaub ich schon wieder eine Lederjacke. Ja, die geben dir ihre Jacke, weil sie immer noch eine in der Hosentasche drin versteckt haben. Ja. Wie sieht denn das aus? Hey, das sieht ja mal elegant aus. Warte ich zu mal ran. Oh, das ist eine fette, fette Lederjacke, gefällt mir. Hast du jetzt eine neue Jacke? Ja. Eine Lederjacke, ne? Ach, die hast du auch an, oder? Ne, die ist ein bisschen anders, meine. Fett, die sieht gut aus. Die gefällt mir. Okay. Nice. Geile Waffen habt ihr beiden. Gute hoch. Nice Weapon. Ich geh mal hier rüber, über die Autos. Ich find die Animation, die Kletteranimation so geil. Hm. Weiß auch nicht. Erinnert mich irgendwie an Unshortet. Oh, guck mal, da gibt's einen Brezelwagen. Da fühl ich mich ja hier. Ja, das wird sogar mit P geschrieben. Brezel. Brezelkarte. Was? Oh, Gott. Wenn wir einmal hier Safe-Gas geben, haben wir hier drüben noch Loot, warte. Hm. Ja, das ist wieder Elektroteile, oder so. Ach, kennst du das Haus noch? Ja, ja, ja. Hier waren wir schon mal. Alles klar. Geld zurück. Können wir erst wieder morgen hingehen. Alle 24 Stunden, glaub ich, fühlt sich das wieder. Deswegen sind die Symbole auch da geblieben, da hätten wir gar nicht aufs Dach gehen können. Was da an der einen Stelle da, wo so komisch was hängt. So, beim Safe-House wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das mit Feinden bestückt ist. Aber wo ist ein Safe-House? UBA. Sie betreten einen sicheren Bereich. Sie betreten einen sicheren Bereich. Wie ist das? Ah, hier. Hier, hier geht's. Ja, ein Loot-Raum ist ja. Erste-Hilfe-Set. Hier. Machen Sie mal die Tür auf, Jungen Mann. Du kannst nun per... Achso, das ist so ein Safe-House. Äh, jedes Safe-House hält Einsätze und Schauplätze von Kämpfen für sie bereit. Angebote wie Händler, Munitionsversorgung, eine neue Neustartstelle sind ebenfalls vorhanden. Safe-House sind soziale Knotenpunkte, wo sie andere Agenten treffen oder die Spielersuchestationen benutzen können, um die Gruppe zu finden. Oder neue Gruppen zu finden. Öffnen Sie die Karte. Ja, ja, gut. Okay, alles klar. Safe-House. Letzte Reise. Ja, und guck, hier kannst du wieder den, den... So, das ist ja der. Das ist eine Lagerkiste. Ach, Einsatzbericht anfordern, meinst du, ne? Und hier auf der Karte gibt's neue Missionen, wie du gesagt hast. Hier, da kannst du Einsatzbericht anfordern und hier auf der Map anfordern. Ja, da werden mal die Map. Zack, hab mal aktualisiert. Ja, Kampf entdeckt, Störung und Störung. Dann holen wir uns gleich noch die Einsätze hier. Aber, äh, mal ganz kurz still sein, weil das sagt was. Und jetzt. Agent, schön, Sie kennenzulernen. Sie freuen sich garantiert ebenso. Sie haben mich sicher schon im Fernsehen gesehen in meiner legendären Rolle als Special Agent in einem allseits beliebten täglichen Seriendrama. Ich kann also bestens verstehen, was Sie gerade durchmachen. Ich werde Sie in Kürze mit neuen Infos versorgen. Aha. Okay. Siehst du, gab, gab vier neue Missionen. Zwei Nebenmissionen und zwei, äh, Dings. So, werde ich mal verkaufen hier den ganzen Scheiß. Ich hab'n Bug. Ich hab'n Bug. Ich kann ewig an der Auffüllkiste hocken. Kann's aber nicht öffnen. Achso, ich wollte doch gucken, was gibt's denn zu kaufen? Ja, Stufe 6. Aber nichts besseres. Doch, hier unten blaue Waffen. Hm, na das ist ja natürlich geil da unten. Für tausend neun, äh, für tausend. Ja, das ist alles nur AK. Ich mag keine AK. Für 2.000. Ja, warum ist das geil? Ich hasse AK. Wie viel hab' ich denn? 2.000. Für was braucht man denn noch Geld? Das ist jetzt die Überlegung. Mods für alles. Alles, was du kaufen kannst. Mods und Waffen. Wie viel Kohle hast du? 2.202. Wow. Also alles im Prinzip. Mods, Waffen, Rüstung. So. Ah, da kommen auf jeden Fall bald noch ein paar Updates in. Kommen Sie wieder, wenn Sie sich neu bewaffnen wollen. Es soll ja monatlich, äh, sollen ja kostenlose Updates kommen. Und halt, äh, die DLCs noch, ne? Die kommen ja auch noch. Nebenbei. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Ach, die Minderung kann ich ja nicht ranbauen. Das ist doch scheiße. Ist das eingebaut? Der hat nicht dafür gedacht. Wunderlaufer, das ist doch schwer. Die haben sogar Strom. Was macht ihr gerade hierbein? Ich verkaufe. Ich höre Radio. Ach komm, scheiß drauf. Hier läuft, hier steht ja ein Radio und da läuft Musik. Ich wette, Sie wollen sofort testen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Lagerkiste. Ich habe jetzt mal die Karte angemacht, aber ja. Ja, ich, ich kann die nicht öffnen. Eine Auffüllkiste. Die Karte. Ich kann die Kiste nicht öffnen, ich, ich kann nur... Na eben, warum geht das nicht? Ich kann ewig dran hocken. Hm, komisch. Also ich kann zwar drücken, aber dann, dann stehe ich mir da vor und, und, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt, äh, on the way to the Hauptbasis. Ähm. Yes. Okay. Würde ich sagen, aber wir nehmen die ganzen Nebenmissionen so mit. Und zwar haben wir hier nämlich einen Nebeneinsatz, den wollen wir gleich mal mitmachen. Oder? Ja. Haben das mitten im Augenblick. Aber wir laufen, ja, auf dem Weg, dann natürlich zurück. Eine solche Szene haben wir noch nie gedreht. Also werde ich keine große Hilfe sein. Ende der Durchsage. Na gut, dann wollen wir mal los. Echt hier eine alte U-Bahn-Station, ne? Alter U-Bahn-Eingang oder so. Schau cool, ne? Ende der Durchsage. Oder was ist das? Ja, Eingang-Zentrum oder so was, ne? Ja. Sieht gut aus. Mäh, meh. Wird doch ein Hauptbahnhof sein. Mäh, meh. Verlassen des sicheren Bereichs. Boah, alter. Jetzt hab ich drei blaue Waffen. Sau geil. Krass. Was macht ihr jetzt noch einen Schaden? TPS? Was? Ja, TPS. SPS. Also ich, äh, S... Mein Insgesamter? 2551. Also wenn du auf deiner Hauptwaffe bist? Ach so, 2775. Boah. Das ist heftig, ja. Ich hab 2427. Nee, ich hab immer noch 23. Die hab ich grad gekauft, halt, ne? Und meine, meine Sniper hat 1608. Aber ist dafür ne Sniper, ne? Ist vielleicht besser, wenn ich die... Sniper, da machst du ja mit einem Schuss gleich richtig fit Schaden, ne? Warte mal, dann mach ich das anders. Was denn? Da ist nicht das Gedöns auf die Waffe. So, jetzt kann ich mir da noch schön zielen. Dann nehm ich die AK nämlich. Als Hauptwaffe. Was ist jetzt los? Neues Ziel, Zugang... Achso, wir sind hier. Hier? Nee. Weiter, oder? Nee. Hä? Ja? Ähm... Ach guck mal, jetzt gehen wir, jetzt finden wir hier einen Zugang zum Dach. Achso. Nee, wir müssen hier wieder raus, okay. Das ist aber ein anderes Dach. Ah, deswegen sind wir da nicht drauf gekommen. Jetzt müssen wir bestimmt das eigene Ding da runter lassen. Guck mal her, zu mir. Guck mal. Hier bei mir. Nein, da kommst du nicht hin. Die blinkt aber auch nicht mehr, ne? Die blinkt doch. Die blinkt noch. Doch, die blinkt noch. Doch, musst du drauf ziehen. Okay, hier ist jetzt ne Tür, die aufgeht. Oder? Das war die vor uns schon. Ah, ne, ist ne neue Tür. Oh, ey, ey. Da gibt's noch einen neuen Loot. Oh, freche Doppeljacke. Schwerige Jacke. Ah, okay, dann kommt mal hinterher. Gehen wir zum Onkel. Toll, da haben wir vorhin umsonst gesucht. Da mussten wir einfach nur warten, bis die Mission frei ist. Hm. Das ist natürlich... Scheiße, ich hab schon wieder ne neue Jacke. Das gibt's doch gar nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Hoch oder was? Onkel, wo bist du hin? Was? Bin hier oben. Na oben, ne? Ach, der ist... Ne, wir müssen hoch. Eben. Lederjacke gefällt mir so. Welche Tür ist jetzt aufgegangen? Da, wo ich drin stehe. Einfache Jeans nehmen wir. Bist du, die waren mir nicht vorher zu, die Tür. Ja, und deswegen waren die Symbole da. Einfache Arbeitshose. Wer hat denn jetzt hier die Arbeitshose rausgehört? Wahnsinn. Wahnsinn. Habe ich gekriegt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin hier nur am umziehen. Kann ich nicht öffnen. Weil ich gucken will, wie die neuen Sachen aussehen. So, was haben wir hier? Voll. Ein Schlafzimmer. Und hier ist der Ausgang. Hier ist der Dachgang. Wo ist der Dachgang? Wo ist der Dachgang? Wo ist der Dachgang? Wir müssen hier raus, ne? Ja. Hier gehts nämlich hoch, siehste? Ah. Und wir suchen wie die Doofen, ey. Oh. Gegner. Ja. 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 Hier sind keine Gegner. Hier. Kopf drücken. Mach doch. Oh. Oben sind Gegner. Oben. Ne, wir müssen jetzt die Antenne erreichen ganz schnell. Ja. Ja, oben sind Gegner. Da müssen wir hoch. Geh mal hier hoch. Geh mal hier hoch. Geh nicht. Guck mal hier hoch. Hier gehts. Hier gehts. Hier gehts weiter. Komm, wir haben noch vier Minuten. Hier runter und hier wieder hoch. Okay. Dump one Mission, ne? Ey, da ist ein Grill. Was für ein Weg hier? Kann ich mir das irgendwie vorstellen. Oder? Ach doch. Ja, okay. Haut hin. Ja, funktioniert. Okay, vorsichtig jetzt. Was glaubst du, woher der Virus schnell geht? Definitiv. Hoch. Hoch. Die dürfen halt nicht erwischt werden, ne? Okay, vorne Deckung. Ja, du kannst dich nicht dorthin decken, wo ich... Ne, wir sollen die töten. Ja, ja, ich weiss schon. So, habt ihr eine Deckung? Ich habs im Visier, darf ich? Habt ihr eine Deckung? Ja. Ja. Feuer. Los gehts. Boah, wie sie alle umfallen. Das ist festgesetzt. Geht mehr lange bei uns. Sauber, das war's schon. Hier rein. Ja, muss eben das Ding holen. Warte, dann muss ich hier hoch und hier wieder hoch. Und hier wieder runter und auch. Aua. Jo, mach mal aus. Ich drück nach auf. Äh. Ich würd doch ne Nerven. Antenne reparieren. Okay. Okay, ich mach mal hier die Antenne. Warum laden wir eigentlich hinterher? Ja, ich wollt mitmachen. Agent. Gute Arbeit. Wie immer. Aber falls Sie darüber nachgedacht haben, gebe ich Ihnen einen Rat. Behalten Sie Ihren derzeitigen Job. Sie sind aufsichtig ein hervorragender Agent. Und es gibt unglaublich viele arbeitslose Schauspieler. Die Division braucht Sie dringender als irgendein Fernsehsender. Stufe 7 erreicht. Ah. Ich nicht. Ich hab schon wieder ein neues Objekt bei Ihnen. Ich hab einen blauen... Ne, einen grünen. Oh, geil. Beschichteter Plattenpanzer. Sau geil. Hab ich schon neue Handschuhe gekriegt. Die sind aber auch mal wieder schlechter. Ja. Obwohl. Ja, die geben mir nur mehr Fertigkeits... Fertigkeitsstärke, aber weniger Schaden. Man, du findest aber gute Sachen die ganze Zeit, ne? Ja, aber weniger Schaden. Ich finde absolut geile Sachen. Ich bin jetzt schon halbblau alles. Halbblau. Ah, das war's, oder? Ich hab drei. Ich hab drei blaue. Ja, das war's. Mission beendet. Cool. Dann gehen wir zur nächsten. Ist doch irgendwo... Zeigts mich ja an, Dude. Ja, den haben wir ja eben schon eingesammelt. Ich mein, das ist der unten drunter, oder was? Ja, das war ja eben... Warte mal, ich mach mal hier... Ich lass mal hier die Seilwinde runter. Komm mal her. Ja, jetzt ist es unten. Wie sind wir jetzt hingegangen? Na, hier zur Seilwinde. Ja. Geil. Okay. Wieder falsch schnapp gedrückt. Okay. Ähm. Ja, das nächste wäre der Einsatz, den Hammer. Schön. Ich würd sagen, dann nehmen wir hier noch diesen Kampf hier mit. Ja. Kampf und Krampf. Ja. Kampf und Krampf. Ja. Und dann kommen wir langsam zur Basis. Linken. Die Hauptbase. Ich find das so geil das Spiel. Ja. Da ja Eve. Oh, hier ist einer. Ja. Danke. Wird irgendwie chinesisch geredet, oder so. Polizei haben wir hier. Transport. Man stimmt, wir sollten mal auf Crazy one, oder? Obwohl wir laufen einfach langsam, da kann der Crazy kommen. Crazy, du musst runterspringen, lauf mal rechts, äh links von dir aus. Ich glaub nicht, dass du hier so runter kommst. Hm. Ich glaub einfach, ich glaub einfach langsam. So, er läuft da lang. Okay, das passt auch. Ehm. Meiner geht in Deckung, ich denk mal das sind irgendwo Feinde, gleich. Da ist er ja, der Crazy. Ja, ich bin über euch. Nein, die Mission. Ach, ihr müsst sowieso hier hoch, ihr müsst sowieso hier hoch. Weil die Mission ist hier oben. Ja, wir kommen. Wir werden gleich nicht entdeckt. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Oh, Waffenhandel unterbrechen, geil. So nach dem Motto, nein. Okay, ich scanne. Uh, das sind viele. Ich hab äh, Granate schon angesehen. Sag Bescheid. Moment, Moment, Moment. Alles klar, los geht's. Wow. Wir haben immer den Überraschungsmoment im Hintergrund. Fuck. Stirb, 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 stirb. Ja, schenk ich dir. Er brennt. Ja, und er ist tot. Ah, drei sind noch. Oh man, wir werden echt nicht special. Das ist doch ein Fenster bei dem. Das hab ich nicht. Das hab ich nicht. Wie schafft ihr nicht? Ah, hier. Ah. Ah. Hier sauer. Grüner Loot, dude. Ich hab grün. Ich hab auch grad gelötet gehabt. Mad Kid. Hier wieder. Ups. JTF Verstärkung. Hier ist die Kiste. Wir müssen wieder verteidigen. Wir müssen wieder verteidigen. Warnung. Gegner nähern sich. Ja. Komm von rechts. Warnung. Feindkraft nähern sich. Machst du kurz nen Radar mal. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ach, wie soll. Grübeln, grübeln. 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 Oh. Boah. Bind ich auch nicht mal Level aufgestiegen. Leck mich auch mal. Oh, 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 oh. Sind wir? Jo, Level 7. Anate! Ist festgesetzt. Komm schon. Na komm suchen wir dann, da war ich nur rüber. Ok. Ist tot. Warte mal, den Nachschub wird zum Einsatz. Stopp, stopp, der kommt leider. Ok, er ist ein Schubfeld. Ravano? Ja? Wie wärs wenn du mal hinter die Deckung kommst, nicht vor die Deckung? Na ja. Ich schmeiß ne Granate. Das heißt. Yeah! Stark! Das war doch grad einer. Ja, der kommt von deiner Seite. Sauber. Alter, ich sammle hier irgendwie viel Zeug ein. Ja, ich auch gerade. Okay. Können wir mal mit dem Kopfschüss aneinander machen? Nein, das kommt noch Gegner. Jetzt kommen sie von hinten. Ah. Da ist unsere Security. Hechtflügel haben wir bekommen. So, Ausrüstung. Hier ist ja ne Kiste. Ah halt, stopp, da ist noch ne Kiste. Hier. Handschuhe. So, okay, jetzt guck ich mal schon in der Ausrüstung. Ich hab ne neue Waffe hier gekriegt. Oh, geil! Der RPK 74 Classic. Was hab ich denn jetzt neu? Ich hab, ähm... Ich hab... Also ich muss auf jeden Fall nachher, äh... Mal ne neue Waffe kaufen. Okay, dann können wir schon Part beenden wieder, oder? Moment, ich bin doch grad hier dabei. Ja. Ich muss erst mal meine... Dabei sein. Der ist sogar ein bisschen besser hier. Boah, geil wie die Fasserschäbe. Ich hab hier einen Jagdschuder, der ist sogar besser als das blaue. Ob die... Einrüstung... Scheiße. Aber der hat Gret... äh... Gretter Schaden... Gretter Schaden... Oh, kritischer Trefferschaden hat die. Gretter Schaden? Ne, der Fleiß ist drin. So, Magazin. Schnellwechsel-Magazin. Cool. Achso... Ähm... 800 Nachschub haben wir schon. Jetzt haben wir hier... Ach, ich hab ja... Hä? Ach, ich hab hier einen Zieloptik zwölfmal und hier hab ich einen viermal. Optimale Reichweite. Ach, das ist ja nicht schrot. Gut. Ich bin ja aufgelöst. Kopfschussschaden. Bin ja doof. Ach, guck mal. Mit dem einen Zielvisier... Krieg ich Kopfschusstötungs-EP. Auch geil. Und hier hab ich optimale Reichweite und Kopfschussschaden. 3,5 Wurzel, was nehm ich denn davon? Ich hab jetzt hier ne voll geile Wumme Was ist das hier? Boah, was macht ihr denn schon wieder? Mal gucken wie das Ding schießt Quasi rastet einfach aus Einfach mal gucken, ne? Bei der Karabiner muss ich immer zweimal nachladen Boah, ist das andere Leute, geil oder? Ist das auch ein Schaltdämpfer dran? Ich guck mal das mal ganz kurz an Ich guck mal das mal kurz an Sau geil, aber das ist Dieses Visier ist ein bisschen, obwohl der kann ich besser zielen Ich probier's mal So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Hab ich noch ein Ventratzeichen? Nö Okay, ich bin jetzt eigentlich wieder ausgerüstet Auch wieder schlechter Ich krieg immer so'n Scheiß Aber dann jetzt hier noch Die zwölfmal Zieloptik Ich würd' euch gerne so Sachen geben Grad mal die zwölfmal Hast du hier diesen Kopfschuss-Tötungs-EP Dann hätt' ich euch das gegeben Dann hätt' ihr da ein bisschen EP davon Kommt ja alles noch Ach, jetzt hab' ich das kaputt gemacht Ich bin blöd Egal So Dann Rivano, kannst loslegen Nee, du bist da dran, ne? Echt? Ich war dran, ja stimmt Ich hab' keine Ahnung Ich hab' ich war dran, ja Ja gut, liebe Freunde Das war wieder eine geile Folge Hat mir richtig Spaß gemacht Dann würd' ich sagen, sehen wir uns morgen wieder Ich freu' mich schon riesig Mal gucken, ob wir das Safehouse immer mal erreichen Und dann würd' ich sagen, bis morgen Ja, hauptbasis meine ich Achso Ist ja auch Safehouse ein großes Okay, tschüss Tschüss Tschüss